Oh, das für ein S41, der geht schon richtig gut ab, Leute. Also, hier ist der Assassine da. Die Gilde heißt Welten im Wandel von Davalon. Und ich habe schon hier ein bisschen mal... Oh, jetzt werde ich abgefarmt gerade. Verdammt, ich muss mal ein bisschen skillen. Jetzt werde ich nämlich abgefarmt. Ich habe nämlich auch schon andere Leute abgefarmt. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Den muss ich mir mal merken, ja, den Kollegen. In die Freundesliste packen, ja. Da muss ich mir da später mal ein bisschen Geld vielleicht zurückholen davon, ja. So, und wir sind jetzt auf Level 10. Und ich werde mal gucken, wie oft ich Kleidern muss für Summler ab. Einmal. Zweimal. Dreimal. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neunmal. Okay, das ist schon... Das ist wirklich ziemlich viel eigentlich gewesen. Also, bin ich so nicht gewohnt. Jetzt ist der Plan auf jeden Fall erstmal ein bisschen abfahren. Bisschen, ähm, Equipment noch suchen. Äh, bisschen, äh, Sammelalbum pushen. Ja. Und dann später geht's auch an die Dungeons, an den Key. Die ist das. Der Assassinio spielt sich ja ein bisschen ruhiger. Ist die Bersis. Aber trotzdem macht's mega Spaß. Wenn ich jetzt ein Video machen will. Okay. Willst du jetzt ein Video machen? Mhm. Ja, genau. Ich bin schon... Vier Minuten, bevor ich jetzt losgehe nachher. Ich bin schon online, ja. Du bist online oder live? Ja, ich bin, ich bin, ich bin live, Leute. Lass mal ein paar Grüße raus. Bist du jetzt live oder machst du ein Video? Ne, ich bin live am Video machen gerade. Hä? Ach so, du, du, du bist live und nimmst das denn als Video? Nein, nein, nein. Ich, ich nehme nur ein Video jetzt gerade auf. Nur ein. Oh Gott. Deshalb. Ich mag keine kompizierten Personen. Ja, wir haben ja gerade so eine Zusammenkunft von alten und neuen Generationen und von so Leuten, die so wenig Gold haben und die immer wieder auf ihr Charakterbild klicken. Ja, dann sagt mal Hallo. 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 Wie viel Alu hast du denn jetzt? Spontan, ey. Ja, moin. Ja, das heißt gleich. Schönen guten Tag. Echt nice, ja. Moin, hallo, herzlich willkommen. Genau, den Dorsa hier, der ist gerade Level 16, weil er nämlich keine Happy Aua spielen kann. Kann keine Happy Aua spielen. Keine Happy Aua. Dann ist der Dreamscape hier, das war auf 13, da nehme ich Extreme, selber hat's nicht geschafft. Der ist auf 12, obwohl die gleiche Dungeon haben, oder? Oder hast du nicht sogar ein Dungeon mehr gemacht? Krass. Er kriegt extra XP, haben wir hier rausgekriegt. Ja. Und der Pau Terra, da ist er. Alle da. Alle in einer Gilde, Welten im Bundle. Und da war er. Nice. Heftiges Rät, eine Premiere für YouTube. Ja, Leute, es ist echt krass. Es sind ja nicht nur die Leute, die wir schon gesehen haben. Wir haben auch noch andere YouTuber dabei hier auf dem Server. Ganz frisch quasi Unge reingekommen, der auf YouTube auch gestreamt und von Terra so ein bisschen angeleitet wird. Mal schauen. Er spielt auch die neue Klasse. Ich habe da vorhin von Davalon einen Angriff gesehen. Ich weiß nicht, inwiefern ich ihn irgendwie zeigen kann. Wahrscheinlich in seinem eigenen Stream. Da hat er auf jeden Fall viermal sich revivet und dadurch in einen Dungeon gecleared, der schon ziemlich weit ist. Auch von den Werten her. Es ist mega krass, was hier am ersten Tag gespielt wird. Ich selber bin jetzt gerade immer noch Level 13. Und auch relativ viel Alu auch übrig habe. Und ich habe wirklich auch Leute besiegt, so mit Level 20, 22 fürs SA. Bin selber jetzt auch bei fast 35 Prozent. Habe es mit dem Assassin natürlich ein bisschen schwieriger als manche Berserker oder sowas, die wir haben. Aber es ist so krass. Ich muss auch sagen, Shoutout an Davalon für die Organisation, für die Tipps auch, die eingegangen sind. Und ich habe auch noch nie im Leben nach den beiden Tränken geplättert, wirklich. Und hatte ein bisschen Pech mit dem Dungeon Key mit dem ersten. Deshalb musste ich deutlich mehr Alu spielen als viele andere Spieler irgendwie. Also ich musste fast elf Abenteuer spielen, bis ich den Key bekommen habe. Deshalb habe ich eben hier auch nur 264 noch übrig. Und ja, ist aber mega krass. Also das ist auch ganz schwierig zu filtern oder zu machen. Ich hänge jetzt auf jeden Fall aktuell an der Banshee. Da komme ich nicht ran. Also ich habe relativ... Oh, was? Der war aber knapp. Ich habe nicht angefangen. Hä? Nicht doof. Hat den jetzt übersprungen? Der war doch viel knapper. Also... Könnt ihr denken, dass er vielleicht doch geht irgendwie. Aber normalerweise kann er noch nicht gehen mit den Skills. Und man sieht es auch. Also entweder es war ein Anzeigefehler oder es war wirklich der eine Lucky Versuch mit vielen Grids. Aber das ist auch jetzt eigentlich nicht sinnvoll, was ich hier mache. Das mache ich jetzt eigentlich nur wegen dem Video, um zu zeigen, dass der Kundschaft oder Assassine in dem Bereich halt mit dem Level eigentlich keine Chance hat. Aber der fällt heute noch. Der fällt auf jeden Fall heute noch. Und ich mache das jetzt erstmal hier online. Und ihr seht einen weiteren Part vielleicht dann nochmal separat. Und dann gucken wir uns natürlich auch nach Tag 1 die Analyse an. Also haut da erstmal rein. Und bis später. Ja. Jetzt. Ja. Ja. Ja.